So, ich spiele live. Ja, ich spiele live. So. Was? Dein Internet? Ja, ich spiele live. Ja, ich spiele live. Ja, ich spiele live. Ja, ich spiele live. Ja, Digga. Ja, Digga. Ich muss ihn hier weiterführen, ich sag es dir Ich muss ihn jetzt weiterführen, Gisela Ja, ich bin jetzt hier schon wieder aktiv, inaktiv, passiv Ah, 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 geil Ich zocke hier gerade mit einem Kollegen von, also mit dem Sohn von meinem Chef Ja klar, komm dabei, ja Alles gleich hin, bis gleich Alter Simon Ja, Alter, ich muss hier eben ein paar Leute zuspammen Um 6 Uhr morgens, Eigenwerbung, so kennt man ja Eigenwerbung, Bestienwerbung, meine Freunde Und wenn ihr das nicht eingesteht, dann lass es auch sein So nice Nein Och, Junge, Melle, was ist denn da los? Ah, ja, erneut sind Fertig Alles klar gehen Und dann Nee, ich bin es, ja. Aktuell drei Zuschauer, was geht da? Alle mal ein Like da lassen, damit ich Bescheid weiß, dass ich euch geballe. Kuss geht raus und... BAM, ich bin es, Melle. Wie Leute, ja, nice. So, äh... Ja, was ich lade hier eben ein Kollege, ne? Ich glaube, das ist... Ja, ist in Ordnung, wow, fünf Leute, was ist da los? Wie soll ich jetzt hier... Alter, wie oft sendest du mir ne Scheiß-Anfrage für deine Drecks-Party? Was für ne Gru... Gruppe? Moin, kannst du klingeln? Was für ne Gruppe? Live-Stream! Oh, nice! So nice! So nice! Deswegen hab ich's auch. So. Wenn man hier so ne Scheiß will auch keine haben. Mein Gott, was ist das für ne dreckige Spitzacke? Dann auch der Skin dazu. Meine Prinze, so ne Gothic-Scheißelah. Vielen Dank. So, jetzt geht es hier erstmal los. Warte, der fliegt so. Dann möchte ich noch Holy Edges. So, jetzt geht es hier. Entschuldigung. Okay. Okay. Nice. Wie konnte ich die übersehen? Hä? Alter. Okay. Wie so ein dreckiger Bastard über dieses Spiel-Chat zu reden, Junge. Okay. Dann lad mich gleich einfach ein. Ja, wo mache ich? Okay. 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 so zack hallo digga komm mal ding ist wieder Party ja jetzt ich bin gerade im Spielchat reingegangen ja ja hast du den Spieler eingeladen den ich da vorgeschlagen hab ja ja aber Party also hast du es nicht ok gut der Saramilis ok da ist es der Sturm soll mal vorbeiziehen ne 100 110er gedrückt hat ab 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 Norden da will ich mich ja mal nicht beschweren meine Freunde ne mach mal hier lieber ein bisschen Müsli Wiesel ey wo mal die Brigitta jetzt lecker die Tite so und jetzt hier geht ne Livestream ab drei Leute ja moin ähm da wo wir welche gekillte haben was hatte der für nen Loot hey hier ist doch oh nice tausendmal besser als die Piste alter Schmeckli 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 Schmuckschmuck das ist auf jeden Fall schon anders was brauchst du denn ja komm jetzt übertreibst du wer werd mir übermütig nein Spaß nein es gab ich aber selber noch keine gesehen warte mal äh äh so jetzt ist besser lad den nochmal ein wo die hoch aus dem Ska Ja, hab ich ne Auge für dich. Äh, äh. Kannst du nicht in Party? Dann mach mal die Party öffentlich. Äh, der sagt, der kann nicht in der Party beitreten. Ja. Okay. Was geht, Tyler? Ja, du kannst gerne mitspielen. Freut mich, dass du wieder hier bist. Tyler, schaust du noch hier die Runde zu Ende mit zu? So, und dann lade ich dich ein, weil der andere Kollege spielt dann auch mit. Dann können wir vernünftig Team spielen. Hallo? Hallo? Moinsen. Moinsen, Abosauftrag. Alles klar, Jenerat? Ja, sicher. Und wir hier? Ja, sicher doch. Äh, ey, hast du hier Medikit irgendwo liegen sehen? Äh, ich glaub, äh, ich hab die Benji-Kanone hier gesehen, aber ich nehm das Medikit mit. Scheiß auf die Sniper. Ja, nimm die mal mit. Was hast du denn? Und du hast kein Medikit? Ja, Junge, da muss ich dann auch auf jeden Fall zurück, was für die markiert. Nee, kann ich euch irgendwie zuschauen? Eigentlich schon. Ich bin da auf jeden Fall bei dem in der Lobby drin, aber ich kann nicht zuschauen, geht nicht. Das ist dreckig. Warte mal. Dreckig game. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich kann dich auch nicht einladen, ne? Alter, was ist das für eine Sau? Drei. Seid ihr beide in einer Lobby? Ja. Äh, Tim, wie ist meine Bildposition? Kann man sich die so geben, oder? Ja. Okay, gut. Mit was für einer Kamera gehst, äh, Dinge? Also, ich spiele hier mit, ich spiele hier mit, äh, also ich stream mit einer Playstation-Kamera. Aber ich krieg jetzt vom Kollegen noch einen Elgato und so, ich hol mir jetzt von Asus so einen Gaming-Pic. Jo. Ja, sicher. Achtet. Ja, ich kann ja auch eine Freundschaft. Boah, ich muss mal. Besser so. Besser so. So, besser. Warte mal, wem bin ich denn jetzt bei Fortnite nachgejointed? Irgendso ein Toxic Eraser. Ja, das bin ich. Ja, dann bin ich doch bei denen, glaube ich so. Ja, weil der auf Alldinge Playstation heißt, der Ark Kamerle. Ja, wegen, äh, meinem echten Namen. Ah ja, stimmt. Keine. Michael, du bist los. Pack vor der Wichser. Nice. Was? 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 ja ich dumm losgehen ja da hab ich die aber mal auf sie kam mir nie im Haus das denn er hat sich aufeinander genommen entgegen Wofür machst du so 90 der will flexen Portschritt die haben nicht gelasert sein Vater Man sieht einfach null, ne? Junge. Ey, so lächerlich. Sie haben einfach zusammen gegammelt im Haus. Sowas gibt es heutzutage schon. Ja, meine Damen und Herren. Finden Sie sich damit ab. Ich heb ab. Ich heb ab, 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 ab. Ich heb ab. Außer die Kanne. Ich bin so scheißbesoffen hier unten. So blau war ich noch nie. Du hast schon viele Abonnenten gemacht innerhalb von den zwei Tagen, ne? Übel, oder? Gestern guck ich noch irgendwann mit 20, 23 Dingern. Und heute hat der schon, Dinge, 48. Ja, man, fast 50, Digga. Bei 50 verlose ich, äh, Dingens. PSN-Karte. An mich. Ne, ich muss, ich muss mir da erstmal die ganzen Namen aufschreiben und dann mach ich das während des Livestreams, weißt du? Ich mach so ne Schachtel, die schüttel ich so. Oder die ist so richtig zuverlässig mit, einfach so. Wenn das so ist, dann ist das so. Aber wär halt schon nice. Warte, ich muss hier noch eben jemanden einladen. Eigentlich. Ja. Tyler. Äh. Ok, ja wie heißt der denn auf Playstation? Heißt du da genauso wie bei Fortnite? Ah, jetzt Nice Nice Komplett groß geschrieben A, G, G, R Oh, der Ah, der hier gibt's so Ich hoffe der ist das Mal schauen ob er es ist Ich habe auf jeden Fall eine rausgeschickt Alle Leute die im Livestream sind auch mal straight ein Like da lassen Wer auf jeden Fall Ehrenmoder war es ist, geht raus Was ist denn da los? Tyler, was ist da los? Ne, bin ich nicht Ich bin mit dem Koffi Ist immer dem falschen Geld Ja moin, jetzt muss ich mir hier Warum suchst nicht du mich einfach Tyler Weil das ist viel einfacher Du hast dort mein Name Toxic Eraser Du kannst das abschreiben Ich werde dir direkt dort vorgeschlagen Aber der muss ja aus dem Spiel dann rausdingeln Wie der muss dann aus dem Spiel Ja, ich muss da mein Stream Ja Ich muss immer mein fucking Bildschirm unterbrechen Ja Und wenn du das Spiel ausmachst Geht einfach der Stream aus Du kannst gar nicht so einfach so switchen Die Scheiße Ja, das ist leider so Aber das ist gut Weil dann kann ich immer direkt ein anderes Tag machen Ja, Mann Und egal Bald hast du Elgato Das Stream Deck und sowas Ein rote Mikrofon für 1000 Euro Jo Junge, Junge Auf jeden Fall Ich krieg auf jeden Fall einige schon so gestellt Einfach so Kostenlos vom Kollegen Und Karim war dumm, dass der nicht durchgezogen hat Junge, der hatte 8000 Abonnenten auf YouTube Junge, der ging so steil, ne Und der hat aufgehört Ja, voll komisch Aber der hat ja alles mit Fake-Verlosung Nachher hätten sich die Leute so aufgeregt Ja, aber Dinge, ne Seine Fortnite-Videos und so So oft wie der am Stream war War, ging voll gut ab Bis der angefangen hat mit diesen Fake-Freeskins und so bei Fortnite Ja Ja, aber ist doch korrekt, wenn du bei denen gelaufen Also Warum hat der dann nicht mehr sein Ja, der hatte ja auch Sponsoren und so, ne Der hatte ja auch Sponsoren Wie? Ja, der wurde doch von so einer Coca-Cola-Marke Gesponsort Die hat jedes Ja, jede zwei Wochen hat die mal eine Palette Cola und so Von dem bekommen Dann hat der so USB-Sticks bekommen Irgendwelche Werbeartikel und sowas Oh nice Und wie ist der so schnell mit 8000 gekommen? Äh, ja durch diese ganzen Fake-Sachen, ne Und der war jeden Tag am Streamen Der hat gute Videos geschnitten Irgendwas der für Videos geschnitten hat, ne War nicht geil? Ja, ich hab dem sogar noch geholfen, aber ey Nice Dann hat der, du musst mal vorstellen Der hat sich einen Elgato für 200 oder 300 Euro gekauft Und hat die beim Pfandhaus, weil der Geld braucht Fürs Gott Hat der die für einen Zehner verdient Boah Der war, der war am Ende nur noch richtig scheiße Ey, ich will das hier straight durchziehen Und Je nachdem, was dabei rumkommt Würde mich auch rumkommen Ja, ich hab auch gesagt, Dingern Ich hab gesagt Ich mach auch morgen früh so 10, 11 Uhr Und lass es mal nach Hause noch nicht gehen Ja Ja man, nice So muss das Hä, was ist hier los? Boah, ja, sowas ist immer schlimmer Ich hab das ja hier schon manchmal so Wenn ich, äh Wie heißt das? Gestern hab ich auch wieder mal Hab ich gestreamt, ey Irgendwann hatte ich gar keinen Bock mehr Aber ich dachte mir so Komm, ziehst du noch Weil ich will immer volle Stunden voll haben, weißt du? Mhm Weil dann kannst du damit mehr anfangen Oh, und der Karim hat der Ding in Partnerschaft mit Twitch ja auch schon angefangen, ne? Partnerschaft mit Twitch? Ja, du musst ja 5000 Abonnenten bei YouTube haben Muss, äh, zweimal in einer, oder zwei oder dreimal in der Woche für drei Stunden bei Twitch streamen Das sind ja die Voraus, äh, Dingen Voraussetzungen? Ja, ja, die du brauchst Und die hat der alle erfüllt Dann hat der sich angemeldet, wurde angenommen Und dann hat der aufgehört Äh, voll dumm Der ging ja richtig gut raus, aber der war doof Der ganze Käse hat den richtig kaputt gemacht Äh, aber geht der da um so, äh, war der auch gut in Zocken? Nee, der war richtig gut Karibar, Monster Nice In COD war das eine Legende, ich hörste ja, ich wundere wieder abgingen Welche denn? Gen, der hat schon, äh, BO2 hat der angefangen, Sniper-Montagen zu machen BO3 hat das richtig angefangen BO4 Hat den nur noch Anfang mitgemacht Dann hat der Fortnite eine Zeit lang gesucht Ja, und dann war Ende Na, und wie hieß der? Äh Boah, wie hieß der? Ja, warte mal, ich guck mal, ob ich den noch hab Ja, warte, ich lade eben den Teiler ein, der will auch mitspielen Äh, Abos, 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 da Wie hieß'n Melvin, äh, wie hieß'n Karma Hab ich den überhaupt abonniert? Mach mal vier, mach mal vier Leute für Party Ja, wie Victor? Nee, der Dobbs hat doch nicht gelöst Mhm Ja, aber der hat nicht gelivestreamt, ne? Doch, hat der regelmäßig gemacht. Und wie viele Zuschauer? Der hatte schon seine 600, 700. Was? Junge, weißt du, wie der abging eine Zeit lang? Der hat ja richtig seinen Hype. Innerhalb so 5, 6 Monate. Da hatte der auch um die 600, 700 Zuschauer. Dann ging das weiter runter auf 300, 400. Und am Ende waren es nur noch 100, 200. Hallo. Moinsen. Alles klar? Cool. So, dann zocken wir mal jetzt. Ey, ich bin richtig alt und eingerostet, ne? Ich schwör's dir. Was geht? Alles klar? Freut mich, dass du hier mal reinguckst. Bist du immer noch unterwegs? Ne, ich mein hier im Livestream. Da schreibt auch einer. Okay, Leute, was geht da ab? Boah, ich hasse deinen Skin, Julio, nicht? Alter! Ne, geht nicht. Jetzt ist tschau. Gerade nach Hause, ja nice. So muss das unter meinen Livestream gucken. Ehre, Bruder, Basis. Was macht Jonathan an Daxa? Äh, wir haben saufen, würde ich mal sagen, ne? Wie lange warst du Silvester da? Geh schlafen, morgen arbeiten. Ich ruf dir erstmal an. Was für morgen arbeiten? Bleib mal um den Teppi hier lange. Was geht bei dir? Freut mich, dass du hier drinnen bist. Wie lange warst du Silvester da, Melvin? Äh, Silvester, boah, ja, bis zwei Uhr. Wann habt ihr mich da weggeschickt, Alter? Ihr musst dir voll allein in den Haus. Ja, ich bin wohl einfach weggeschickt. Ich warst dir voll die Wichser. Ja, Junge, ich musste den ganzen Weg alleine nach Hause laufen. Das war so stockduzer und alles, wo ich lebe, ne? Ey, du kennst ja Tinas den Weg, ne? Mhm. Digga, ich lauf da lang und ich hab mich an die Gebüsch, also am Rand diese Gartengebüsche, ey, die Hecken, ich hab mich da die ganze Zeit festhalten müssen, weil ich sonst irgendwo bestimmt im Feld reingebogen werde. Ey, was die Ding ist, meine Schwester hat mich angerufen, ich war mit der am Tatschentieren, ne? Und auf einmal der Jonas, der steht so hinter mir, ich geh nach hinten, ich fall um, ich bin irgendwo in die Glascheibe oder so reingefallen, ich hab mir die ganze Hand aufgeschnitten, ne? Dann am nächsten Tag, ich hab mir Essen bestellt, mein ganzes Geld war voller Blut, ne? Und ich dachte mir so... Äh, so wie du willst, du kannst gerne ein Laserschwert nehmen. Auf einmal sagt der Pizza-Lieferant zu mir, Junge, was hast du gemacht, da ist das Blut? Ich so, boah, keine Ahnung. Der so, Alter, was hast du angestellt, ne? Ganze Rosentasch, alles voller Blut gewesen. Ich muss gar nicht wiederkommen. Das mies, aber meine... War das bei mir? Oh, blaue Tag, was geht da ab, Leute? Nein, ich hab ne Sniper gefunden. Und nicht bis sechs, aber so bis fünf mach ich noch. Ne, meine hast du direkt Dingeln. Ich dachte, du so auf gut Glück noch auskaufe, aber... Er soll kommen. Kleiner Zaryk, komm. Also, letztes Mal ging es ruhig mit das Ding. Ja, aber blaue Tag, Bruder. Beste, du weißt. Ich spür's dir, das macht gar keinen Spaß mehr, diese Pump-Din-Normale zu zocken. Die ist richtig scheiße geworden, ne? Ja. Am besten ist die Spaß, die andere oder Dingeln, Tag. Ja. Wie alt bist du eigentlich? Wie spass ist, wir spassen. Wie alt bist du? Wie spass ist, wir spassen. Noch so ein junger Vor-N-Einzocker. Irgendwie das Spiel auf einmal von den ganzen jungen Tittis so gehypt wurde, ne? Jo. Was, ey, bitte? Ey, das ist doch so dreckig gewesen. Ach hier. Ohne weiter Scheiße, ey. Ja, lieber richtig dreckig. Viele Leute im Livestream um fünf Uhr morgens, ey. Fast fünf Uhr morgens. Junge, das soll. Letzten sind die fast zehn Zuschauer. Soll aber auf jeden Fall noch mehr steigen. Aber ich bin schon froh darüber, dass so viele Abos gekommen sind. Was geht, Vanessa, alles in Ordnung? Danke für eine Vanessa. Hier schreit so eine Vanessa im Livestream. Ich bin bis alle meine, äh, live-Zuschauer, das sind immer direkt höflich. Und... Vanessa. Freut mich. Boah, ist mir warm halt, ey. Was sagst du so, Vanessa, auf, Fortnite? Was? Der Teuer, das redet nicht mit dir. Mir geht's ganz gut, Vanessa. Danke der Nachfrage. Junge, ich bin noch grün, Alter. Junge, ich bin noch grün, Alter. Ich bin noch richtig eskaliert. Oh, nice. Du spielst auch Fortnite? Das ist doch mal korrekt. Wenn du magst, kannst du auch gerne mitspielen. Ist gar kein Problem. Dann spielen wir irgendwas im Kreativ, falls du Lust hast. Oder wenn du magst, schau einfach weiter meinen Stream. Wie du willst. Wenn ich verlängern will, sind wir einfach um fünfe Stunden, dann ist einer schon auf. Vanessa, falls ihr mich öfter sehen, also, mein Livestream ist jeden Abend um 19 Uhr, außer Sonntags. Da ist der immer um 21 Uhr. Vanessa, Bettnester. Der ist wieder im Flavor der Frau. Ja, bitte. Okay. Okay, korrekt. Das sag ich auch immer, dann penn ich ein. Aber siehste, wenn ich's pinnte dann mit meinen Stream ein, Jungs. Ja, ich edite dich jetzt gleich, Vanessa. Oder ich schreib dir mal rein. Hier, wie ich dort heiss. Ey, mach mich mal zum Ding in Melvin. Was denn? Zum Mob. Kinderriegel. Kinderriegel. Und da sprich PC zu. Vanessa, schreibt einfach um 420. Nice. Ey, was ist denn hier los? Es lädt einfach nicht. Nee, ich glaub, mein Spiel ist Auge-Freeze. Ah, ich bin Mott, Junge. Was ein Ehrenmann. Ja, warte, warte. Aber ich seh nichts mehr von dir hier. Nice. Danke für dein Abo, Vanessa. Ehrlich. Feier ich mies. Dankeschön. Kriegst du Dinge in Benachrichtigungen, wenn dich jemand abonniert? Ja. Bei mir kommt das nicht. Ehrlich, Ehre, Vanessa. Richtig korrekt. Äh, Dinge, du kannst welche, die irgendeine Scheiße reinschreiben, kannst du so ein Timeout geben. Ja, Joel, ich kann dir nichts, weil du da nichts reingeschrieben hast. Nein, ich schreibe Vanessa mit Vanessa. Oh mein Gott, Herz. Herz zurück. Und Kuss geht raus. Ey, was ist das für ein Game? Es geht nicht. Ey, das Game ist gefreezt. Ey, nein, kann doch nicht sein. Wir wurden gerade alle gehackt. Ey, nein. Wenn das heißt, dass ich den Stream beenden muss. Voll scheiße. Oder da kommt jetzt gleich irgendwie Serverfehler oder oder. Das ist nicht das Lama, nach dem du gesucht hast. Ey. Ich auch. An der Nennung. Jetzt muss ich, dass wir nochmal neu starten. Vanessa, falls du magst, so ich bin in einer Minute wieder online. Generell an alle, die jetzt gerade in meinem Livestream sind. Ihr könnt mir alle gleich nochmal nachjoinen. Wäre auf jeden Fall nochmal Ehre, falls du das macht. Und ja, wir sehen uns einfach gleich. Korrekt. Junge, was soll ich jetzt machen? Soll ich hier mit einem Ladebildschirm streamen oder was? Findet das versteckte Buchstabe auf dem Ladebildschirm. Moin Freunde, ich bin schon seit 2 Uhr dabei. Findet das versteckte Ladebildschirm. Ey, Junge, was ist das für eine Scheiße? Ey, Fortnite, was tust du uns dann? Ey, sonst nicht schön. Ja, kein Ding. Alles klar. Ey, Leute. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich.